herzlich willkommen zu einer weiteren folge neue mobile games auf dem markt ja wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann drückt gerne auf abonnieren direkt daneben auf das glöckchen aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue benachrichtigung wenn wir ein neues video laden dann zudem könnt ihr gerne mal ein leichter lassen dann würde ich sagen viel spaß mit dem video die glock ja wir fangen jetzt einfach mal an hier mit early man run schauen wir uns mal ganz kurz an jeder teil also klar damals haben die schon mit fußbällen skelett aus dem weg geräumt und so bringen da ein team zusammen football cards ok was ist das für eine crazy idee hier schon wieder early man run 2018 nach christus im kino ja sieht ziemlich verrückt aus der teil soweit ich das gesehen habe für android und ios na also dann gucken wir uns mal ganz kurz hier die screens an rennen um den mammuts der bronze zeit zu entkommen power kick um hindernisse zu zerstören sammler fußball also ist ziemlich ziemlich crazy ziemlich crazy dann geht es weiter da haben wir mein ninja girlfriend anime romance game wie der wer hier und schuss hier gold find also wieder so ein spiel wenn ihr auf anime girls steht kisser teaser das diesmal die ninja version davon das ninja girlfriend könnt könnt ihr mal unten in die beschreibung reingucken so ist verlinkt dort lobbins 2048 gucken wir mal rein was das ist auch wieder für android und ios ah ok der gleiche farm zusammen bringt dann verändern sich diese teile ok und werden größer die lobbins google play und android ja gucken wir uns kurz hier in die screenshots rein so ein kleines puzzel spiel hier ok ein bisschen durchgeknallt das ganze wenn es euch interessiert jetzt unten verlinkt in der beschreibung dann haben wir die earthgang mirrorland auch da gucken wir kurz rein das ist ja wirklich old school richtig old school das ist ein beat im up so wie es aussieht oh mein gott alles klar ja so sahen die spiele ungefähr damals bei uns noch zu atari amiga c64 zeige also mega uralt heißt aber nicht dass das nicht auch spaß machen kann also die spiele damals haben teilweise mega bock gemacht auch wenn die grafik nicht ganz so toll war aber das ist funny irgendwie so wie das aussieht auf jeden fall ganz lustig hat doch hier eine 4,9er bewertung eigentlich super gut also so dann haben wir stardust burning lands gucken wir mal da rein ist hier irgendwie mit zombies ja müssen wir eine stadt aufbauen ja aus dem trailer kann man jetzt nicht so wirklich viel erkennen wir gucken jetzt einfach mal eins kurz hier durch die screenshots durch der der gewinn der 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 von da von Nicht so gut beurteilen, hier überall Armeen. Welcome to the world, Stardust, Sandbox, Battlefield, Punk and Wasteland style. Battlefield is burning, mutation is spreading. This is a world that is entirely up to you. Ja, kann man jetzt nicht so wirklich, es sieht ein bisschen aus. It all depends on your strategies, also ein Strategiespiel mit Zombie Apocalypse Hintergrund. Wer auf Strategiespiele steht und auf Zombies und sowas, der kann sich das mal angucken. Das hier sieht auch irgendwie ganz interessant aus. Mindbox. Wobei ich natürlich nicht weiß, ah ok, es kommt darauf an wie schnell man sich nach oben bewegt. Weil ich wollte gerade sagen, das sieht alles irgendwie so aus. Als hat man da wenig Einfluss drauf. Aber, ok, die Dinger gehen immer nach außen und innen. Und dann musst du eben zusehen, dass du sonst nichts berührst. Das ist mit Sicherheit nicht so wirklich einfach. Könnte Challenging sein. Mindbox. Ja. Delightful Challenge. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wie viele waren das eben? Da stand da. 250 Levels. Oh mein Gott. Ok. Also auf jeden Fall ganz gut was drin. Dann haben wir Escape the World's Toughest Prison. Also ihr müsst aus dem härtesten Gefängnis der Welt ausbrechen. Great Mysteries ist so ein Puzzle-Spiel hier. Rätsel lösen. Um diesem Gefängnis zu entkommen. Ja. Wer gerne Puzzle-Spiele mag und sich gerne mal die Frage beantworten möchte, ob irgendwo aus einem Hochsicherheitstrakt wie Alcatraz früher rausgekommen wäre. Ja, einfach mal das hier anzocken. Dann haben wir The Powerpuff Girls Monkey Mania. Momentan glaube ich eins der besten bewertetsten Spiele dieser Woche. Powerpuff Girls. Ich kann aber mal hier unten reingucken, wie da die Noten... Das ist übrigens von Congregate. Also von den Animation Throwdown-Machern. Wir gucken mal hier rein, die Powerpuff Girls. Oh mein Gott. Das tut so in den Augen weh. Oh mein Gott. Das ist so schrecklich. Powerpuff Girls Monkey Mania ist tatsächlich mega gut bewertet worden. Ähm... Ich... Boah... Das sieht grausam aus. Also wenn ihr mich wirklich quälen wollt, dann verlangt von mir, dass ich dieses Spiel spiele. Ähm... Da krieg ich hier... Das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber es sieht irgendwie trotzdem mega witzig aus, ne? Also jetzt auf jeden Fall unten verlinkt. In der Beschreibung Powerpuff Girls Monkey Mania für iOS und Android. Beide Versionen gibt es. So, dann haben wir hier Fist of the North Star. Auch da gibt es eine Version für iOS und eine für Android. Auch beide verlinkt unten. Dann schauen wir mal hier rein. Die Grafik hier sieht ein bisschen aus wie so ein alter Sylvester Stallone. Das könnte so ein bisschen Arnold Schwarzenegger sein, ne? Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Also das sieht... Largest Playable Character Roster of any Fist of the North Star Game ever. Aber wenn ich mir jetzt die Grafik hier angucke, das sieht schon ziemlich geil aus. Also optischen Hingucker. Epic Action at your fingertips. Optischen absoluter Knaller. Okuto 100 Blows Rushing Fist. Okay. Unleash your character's deadly secret technique with a single finger. Experience the original Fist of the North Star story as never before. Es sieht schon geil aus. Also das kitzelt mich wirklich in den Fingerspitzen, das mal auszuprobieren. Definitiv das ein Ding, was ich ausprobieren möchte. Gucken wir mal, wie sieht's denn da aus hier mit... Sehe ich ihn da grad auf der rechten Seite. American Dad. Auch als Spiel. Apokalypse Soon. Eine Bar. Demnächst verfügbar. Okay, da gucken wir jetzt auch gleich nochmal rein. Das habe ich jetzt nicht verlinkt, weil es steht ja auch hier demnächst verfügbar. Aber da gucken wir jetzt auch nochmal ganz kurz rein. Demnächst ein American Dad Spiel. 3,8 hier die Noten. Spiel sieht ganz okay aus. Viele Chars kann man sich täglich durch. Guildenmissionen. Gems dazu verdienen. Pay to win wäre das wieder. Okay, aber müsste man sich echt mal anschauen. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier noch rein. Das mache ich jetzt noch auf. Und dann gucke ich mal hier rein, was das ist. American Dad Apokalypse Soon. Was ist denn das? Turn the Smith home into a secret shelter. Hey, das ist ja geil. Das ist ja geil. Cool. Da unten Roger, Stan, Francine. Cool, cool. Manage an army of Roger clones. Defend your home with the best arsenal. Fight invaders through hundreds of missions. Hayley, Francine, Steve. Das ist so witzig. Oh mein Gott, Hayley wird von Aliens entführt. Ja Leute, also da würde ich mal sagen, wenn ihr interessiert daran seid, sofort informiert zu werden, sobald dieses Spiel verfügbar ist, dann lasst doch mal jetzt ein Abo da. Ja, denn ich werde euch das mit Sicherheit als einer der ersten mit präsentieren. Die Spiele, die ich euch hier präsentiere, auf jeden Fall immer super aktuell am Start. Und wenn was Neues dabei ist und was Cooles dabei ist, wird es auf jeden Fall angezockt. Also, für die Animation Throwdown Spiele unter euch. Hier wird was Neues kommen. Reck'n Dead Apocalypse Season. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Wollen wir dann sehen. Ja Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Wenn euch irgendein Spiel besonders interessiert, wenn ich irgendwas Besonderes für euch anzocken soll, könnt ihr mir das auch gerne reinschreiben. Ja, und schaltet's nächstes Mal wieder ein, wenn ich euch wieder neue Spiele vorstelle. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.